Wir sind Taf, wir machen Sie zwar nicht berühmt, aber wir haben sehr schöne Themen für Sie, nämlich diese neue... ...gleich hier bei uns bei Taf. Sieht aber auch geil aus. Kostet auch nur 120 Millionen. Egal. Hört sich an wie bei uns zu Hause. So, Hilfe, unser Hauseingang ist jetzt eine Bank. So beschweren sich ganz viele Anwohner in Berlin. Dort wurden nämlich jetzt gerade neue Geldautomaten aufgestellt. Ja, aber so direkt vor der Haustür von den Bewohnern, dass die da quasi gar nicht mehr durchkommen. Blöd. Und zwar zu Recht. Wir kommen jetzt zu diesen spektakulären Instagram-Bildern da hinten. Das sind nämlich sogenannte Sky-Pools. Die sehen nicht nur mega aus, die sind auch noch mega teuer. Und wenn ich mega sage, dann meine ich auch mega bis zu 120 Millionen Euro teuer. Ja, warum sich diese Investitionen allerdings rechnen und zwar vor allen Dingen in Corona-Zeiten. Wir haben uns das im Dreiländereck, also fast ums Eck, mal angeschaut. Ja, das ist natürlich das Allerwichtigste, gell? Ja, ganz wichtig, das schon. So, zurück zu uns ins Rheinland. Beziehungsweise eigentlich kommt Gülchan Kams, diese Dame dort, ja aus Lübeck. Aber seit über zehn Jahren nennt sie Düsseldorf ihre Heimat. Und die hat einiges zu bieten, außer Karneval und Go. Naja, nein, auf jeden Fall. Vor allem so kleine Autochens, die man da hinten auch sieht. Die sind da der absolute Schrei. Nur Gülchan hat da so ihre Problemchen mit. Hier kommt unser Promi-Städtetrip Teil 2. Ja, weiter geht's mit einer ganz anderen interessanten Dame, nämlich Melania Trump. Die hat nach ihrer Rede auf dem Parteitag der Republikaner wohl mit allem gerechnet. Aber nicht damit, ne, Anne? Nee, denn sie hat jetzt richtig viel Stress mit einer Rapperin. Da können sie sich ja jetzt sagen, ach Gott, was soll das denn, ne? Aber Achtung, Achtung, da kommen jetzt richtig dunkle, dunkle, dunkle Geheimnisse von ihr ans Licht. Bitte schön. So was hat sie halt immerhin schon gelernt. Jetzt geht's weiter mit einer Lady, die auf jeden Fall den Mund aufmacht und was zu sagen hat. Wir kommen jetzt zu unserem Gewinnspiel. Da können Sie diese Woche 10.000 Euro gewinnen. Außerdem müssen Sie sich noch entscheiden. Entweder Sie räumen das Entertainment-Paket ab, eine Playstation 4 Pro, eine Xbox One X und ein iPhone 11. Oder Sie sind eine Fashionista, so wie der Tore in seinem lachsfarbenen Hemd heute und wollen unbedingt H&M und Zalando-Gutscheine im Gesamtwert von 2.000 Euro haben. Das ist nämlich unser Fashion-Preis. 01379 44 77 11, Ihre Nummer zum Glück. Dort bitte das Kennwort Mode oder Elektro nennen oder Mode oder Elektro per SMS an 3x4, 3x1 schicken. Wir drücken die Daumen. Bis gleich. Zurück bei Tafel live aus München mit Shania Twain. Übrigens eine der Superstars im Musik-Business. Und sie hat übrigens das erfolgreichste Album aller Zeiten als Künstlerin hingelegt. Das wusste ich nicht. Auf der anderen Seite wurde sie aber von ihrem Mann verlassen. Wegen der besten Freundin. Und dann hat sie auch noch ihre Stimme verloren. Das ist echt schon hart, wie sie sich da wieder rausgekämpft hat. Das zeigen wir jetzt. Chapeau. Und es gibt noch mehr Grund zu feiern. Katy Perry und Orlando Bloom sind Eltern geworden. Welchen blumigen Namen der Nachwuchs hat? Hier ist er, der Taf-Klatsch. Kann ich ihn ja verstehen. Du kannst das verstehen? Ja. Ich nicht. Womit machen wir jetzt hier weiter? Ach so, genau. Gewinnspiel. Da sollten Sie auf jeden Fall jetzt aktiv werden. Denn Sie können diese Woche 10.000 Euro abräumen. Ausnehmen müssen Sie sich dann entscheiden. Entertainment-Paket, bestehend aus einer wunderschönen PlayStation 4 Pro, einer ganz tollen Xbox One X oder einem brandneuen iPhone 11. Ja, oder halt den Fashion-Preis. H&M und Zalando-Gutscheine im Gesamtwert von 2.000 Euro. 01379 44 77 11. Ihre Nummer zum Glück. Dort wird das Kennwort Mode oder Elektro nennen oder Mode oder Elektro per SMS an 3x die 4. 3x die 1 schicken. Wir drücken sowas von die Daumen und sehen uns sowas von gleich wieder. Richtig. Bis gleich. Viel Glück. Da sind wir zurück bei Tav live aus München. Und hier ist es ja eigentlich gerade ziemlich friedlich. Also zum größten Teil, muss man schon sagen. Da muss man ein bisschen aufpassen bei Frau Karpendell. Aber im Märchenwald, Leute, da ist so kurz vor dem Finale richtig was los. Die ganzen Bewohner haben sich dagegen Amy Russ, das ist die hier, die verschworen. Ja, aber warum denn bloß? Sie versteht plötzlich die Welt nicht mehr. Selbst einzige Superfans wenden sich plötzlich von ihr ab. Ganz schlimm. So viele schöne Blondinen. Der Tore kann sich gar nicht entscheiden. Ich habe eine sehr schöne Blondine zu Hause. Da werde ich jetzt auch hinfahren. Und eine sehr schöne Baustelle. Da muss ich auch unbedingt mal wieder vorbeihinkommen. Das ist noch viel schöner, wenn Sie ihn erleben würden. Baustelle, Baustelle, Baustelle. Jana, Baustelle, Baustelle, Baustelle. So. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Danke, dass ihr dabei wart. Ja, was kann man auch mal sagen, ne? chen K. çüss. Danke. Danke. Da.